Ich will meinen Scheiß wieder haben. Krib-krab die Krabbe. Ja, die krebst hier rum und ich kann nicht auf meinen Sack machen. Ja, ist klar, dass sie rumkrebst. Die alte Krabbe. Also meine Sack, 10 bis 15 Minuten dauert das bis fertig gewachsen ist. Das ist doch schon länger. Das ist doch schon länger jetzt. Ja, aber da war ja gerade kein Wasser mehr. Ja und, da war doch trotzdem noch Wasser drin. Ja. Der ist jetzt locker eine halbe Stunde schon da drin. Ja, mindestens. Oder hast du das höher gestellt gehabt? Hm, eigentlich schon. Jetzt ist wieder die Frage, ist das jetzt wieder so rum oder so rum? Ich denke mal, es ist immer so rum. Ja, da steht aber diesmal nicht Imperium Multiplier dran, da steht Speed Multiplier dran. Weißt du? Ich gucke, ich gucke. Crop Growth Speed wird das ja wahrscheinlich sein, ne? Oh, der Junge. Krabbe ist beschäftigt. Haben wir eigentlich schon eine Flaggbank? So, Crop Growth Speed Multiplier, legt fest, wir stellen die Beta-Reifen. Zweimal, ich habe mal drei stehen. Also dreimal so schnell. Mach auf 20. 20. Instant. Instant dann, fertig. Nein, Scherz. Steht bei dir eine Zeit dran? Nein. Ich würde sagen, bei mir steht auch nichts dran. So, ich habe mal so nichts mehr wieder. Also ich würde es vielleicht auf fünf stellen oder so, oder auf zehn, aber höher würde ich nicht stellen, glaube ich. Tatsächlich. Oh, ich kann Steinwände bauen. Oh, ich kann Steindinger jetzt bauen. Ich habe ein Problem. Ich kann ja auch Granate bauen. Kompost haben wir, ja. Ja, haben wir schon. Warum? Weil mir die Krabbe hinterher läuft. Das ist schlecht. Ist ungesund. Die Schmelze haben wir auch. Die Frage ist, warum, ja, der macht aus Stroh und Fäkalien hochwertigen Dünner Dünger. War hier welcher drin? Hochwertiger Dünger? Kümmer dich drum, BB Angel. Also der muss da. Ich brauche jetzt erst mal noch ein paar BTN. Ich will jetzt erst mal da unten weg. Und dann hole ich mir noch ein paar Setzlinge, Narko-Setzlinge, weil wir brauchen unbedingt Narko-Bären. Wichtig. Und den besseren Bogen. Ja, okay, den besseren Bogen, den können wir ja später, ne? Oder ist einer von uns schon so weit, um den besseren Bogen zu bauen? Das kommt drauf an, weil ich... Äh, nein. Was zu bauen? Der bessere Bogen, der kommt erst viel später. Oder die Armbrust, ja, aber von uns ist keiner 25 bis jetzt. Was gibt's denn mit 23-Verrüstung? Ich seh' ja grad. Mit 22, was ist das denn? Wir können jetzt auch in den Aufzug bauen, ne? War da auch so da vorhin schon mal gesagt. Warum ist jetzt hier kein Dünger mehr drin? Hab ich rausgenommen. Warum? Wo hast du den getan? Hey, ich bring's besser raus. Wenn du mehreren besseren hast, dann... Verteil den mal. Wenn du mehreren hast. Oder hast du nur einen gehabt jetzt? Da war nur einer drin. Okay. Dann tu ich immer hier Kacke rein. Komm. Hä? Jetzt stehen sie alle und gucken sie nicht weg. Ganz schön. Ganz schön. Ganz schön. Ich heißt, wir müssen mehr Stro... Ich verhungere. Nein, ich verhungere. Nein. Was müssen wir? Dann müssen wir mehr Stroh haben und so. Für, ähm... Für, ähm... Damit wir... Ähm... Mehr Fäkalien und so in den Korpostwälder reinkloppen können. Nehmen wir nicht Platz weg, aber die Kack-Wesau. Mit 23? Ja, okay. Ja, dauert ja noch 3 Lampen, bis ich die Pelzrüstung machen kann. Die Pelzrüstung, die ist ja aber sehr ungünstig, weil die Hitzeresistenz richtig runter macht. Wir brauchen ja Hitzeresistenz hier, genau. Nee, nee, nee. Ja, wir müssen die Hitzeresistenz plus haben, aber die macht minus und die macht nicht wenig. Warte, das kann ich wieder sagen. Ja, also die Brust schon mal, zum Beispiel, die macht, die Pelzjacke, die macht minus 30 an Hitzeresistenz. Also bist du dann, nee, im Minusbereich, das heißt, die ist zu heiß, die ganze Zeit. Nicht gut, würde ich sagen. Die ist für Winterregion. Genau, für die Winterregion, die ist hier. Ja, toll. Dann kriegen wir erst mit Level 90 da, die eine Haltekrüstung, wo das erst was bringt, oder? Ich habe keine Ahnung, wie damit die Kälte funktioniert hier. Das ist gerade bei dir, oder? Ja, ich sehe, dein Name steht aber hier. Ich weine die Kacken wie Weltmeister. Ich kann es dir leider nicht sagen, wie das hier mit dem... Ich könnte ja... Ich google mal kurz. Also ich habe jetzt mal ein bisschen Stroh noch reingemacht. Ach, aber... Eigentlich müssten wir das Lagersystem so bauen, dass hier mit den Dinos, die sozusagen was... Mit dem wir jetzt sammeln können, so wie... Mit Komen oder so rein... rein donnern können, links und rechts raunterschmeißen und wieder weiterlaufen können. Du hast doch irgendwie sonst keine Vorstellung gehabt, oder? Öh. Ähm... Ich packe auch die ganze Zeit wieder Fleisch rein. Ja, ja, ich brauche mal was zu essen, ich bin gar nicht vorn. Ja, ich habe hier noch was. Genau, hat da jemand Burger für mich? Hier. Ich habe nur noch Verdammtes. Ja. Ja. Ich muss mich gerade auch zusehen, da ich noch was zu essen. Tja... Ach, Mann. So, ich wollte so eben kurz ein bisschen Stroh holen. Ich habe hier jede Menge Stroh. Ich liefer gerade. Äh, ist gut. Ich bring da... Kompost drauf hingestellt. Ich liefer gerade was. Ja, ganz rechts kannst du ein bisschen Stroh reinmachen. Äh, rechten Kompost. Brauchst du Asche zufällig? Kukubas? Asche für... Äh, rechte... Rechte... Mitte... Ganz rechts. Okay. Du bringst gerade Stroh nach oben? Jawohl. Sehr schön. Na, dann brauchen wir gleich Kacke noch da drin, ne? Ja. Ja, genau. Ich muss die Asche hier, wenn wir irgendwo los wären, ne? Ich muss die Asche hier, wenn du mal auf den Kopf hast. Ja. Ja. Leder, Strom, sie haben... Woll, scheiß aus der Wellen. Gott, voll scheiß Job, ne? Revolte. Ich komme. Easy. Bärn, 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 Bärn. Was war das jetzt? Nacko, Bäris. Wir sind aggressiv, der Junge hier. Ja, das ist auf irgendeiner Taste ist das die ganze Zeit. Ich muss das nur ändern. Ja, ja. Ah, die Asche in Mörser, damit kannst du Schießpulver machen, okay? Ja, 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 ja. Das wusste ich nicht. Ja, okay, ich, Alter. Mein Gott, ey. Hast doch nichts tragen in dem Land. Hast du nicht gerade gepinnt? Ja, das ist ja... Das ist ja... So, können wir jetzt mal allen erklären, wie die Räucherkammer funktioniert? Keine Ahnung, reinlegen, Kohle vielleicht? Oder Holz? Holz hab ich jetzt reingelegt, aber... Das heißt also, im Endeffekt, Rüstung kannst du in die Tonne kloppen, weil die nicht zu heiß machen? Momentan? So ungefähr. Wir haben sie auch richtig gut durchdacht, ne? Dass es dann nur Rüstungen gibt, die vor Kälte schützen, anstatt aber mal Rüstungen reinzubauen, vielleicht vor Hitze schützen oder so. Wäre vielleicht auch ein bisschen intelligenter gewesen. Aber gut. Was ist denn jetzt? Ach, man hat schon wieder du was? Mann! Jetzt aufkopp. Also ich hab gerade gegoogelt, ich hab keine Ahnung, wie, ob, äh, wie man, das, äh, was man dagegen machen kann, dass man zu heiß ist. Keine Ahnung. Was ist denn? Ich habe gerade hier. Wo haben wir das für... Das für... Das darf man nicht beistet, wie lange das dauert, ey. Nein. Mit der Zeit wird eine prächtige Pflanze wachsen. Ja. Schön. Ist ja toll. Ab 42 kann man die Gewächshaus-Sachen bauen, ja. Was? Gegrillte Fleisch, nicht rohes Fleisch. Oh weia. Männer in eure Kammer. Also, einmal rüber zu. Einmal rüber hier hin. Da haben wir schon einmal gegrilltes Fleisch drin. Wie hast du deine Haare blau gekriegt? Mit der Schere. Gib mir die Schere her, bitte. Mit Farbe. Farbe und Schere ist im Schrank. Da, am rechten Schrank. Du musst die Schere dann nehmen und dann auch noch rechts legen. Und die blaue Farbe musst du nehmen. Da ist auch gelbe Farbe dabei. Da ist es wirklich ein irgen told. Aber jetzt ziest dich left. Stefanie, gibt es einen Ort durch accomplish, Ducmose. Unfall putest du durch? Ja. Mal für ciao. Industrie lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier wächst schon was. 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 ja tatsächlich kristalle und grüne edelsteine okay alles klar saugeil da kannst du bestimmt noch die steine abbauen es ist dunkel nein es ist dunkel warum werden die eisenwerkzeugen nicht angezeigt muss oben bei waffen oder sowas da ist so ein ordner symbol da musst du rein die blöden grünen steine noch mal ja du wirst nur aufzuholen fasern holz kristallbrech zweimal und leder du bist überladen ma angel die haare färben ich habe nur im kurz bisschen rasiert so dass uns endlich von dem elend auch 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 Okay. Mhm. Mhm. Ich will mal blauen Habe. Alles. Neues ist nicht verfügbar. Das war Hargo ein Bartgefärbter. Ausdauer. Level 22, was kommen wir denn jetzt alle? Geschenke für euch. Geschenke? Was bringst du? Geschenke? 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 Ja, Geschenke. Ja, ja, ja. Oh, oh. Siehst du das? Keiner will okay, dann nicht. Dein Scheiß Ernst jetzt? So, ich hab's jetzt aufgehoben. Weißt du nicht was es war? Aber ich hab's aufgehoben damit. Den hab ich nicht. Ein Fernrohr. Damit könnt ihr, wenn ihr jetzt ein Tier anguckt, von Weitem wisst ihr, wie es levelet hat und alles mögliche. Schon mal gut zu wissen. Ja. Dame möchte anscheinend kein Fernrohr? Ja. Die braucht keins. Die krieg keins. Noch? Nein. Noch. Dann saßt du auch schon? Jo. Jetzt wär's mal mega geil, wenn's wieder attacken werden würde. Wer hat noch kein Fernrohr? Danke. Fernrohr. Ihr habt eine Fernrohr, ne? Ja. Ich hab Fernrohr, ja. Fernrohr. Fernrohr. Ah. Ah, das ist jetzt geklappt. Zwei Metallsachen sind hier drin, ne? Ne, noch nicht. Äh, ich hab, ich hab, ich hab Metallwaffen, äh, gemacht. Also, ähm, Werkzeug. Das ist schon dafür. 24. In der Werkbank sind Metallwaffen. In der Werkbank sind Metallwaffen. Also, einer kann doch Axt und Spitzhack da draußen immer so Werk machen. Dann. Wird die nicht. Nehmt ihr immer. Macht die immer erst. Dann. Ah. Jetzt lass sie nicht verrotten, einer soll's nehmen. Was denn? Kloppt euch. Macht Schnick, Schnack, Schnuck. Also, Metall, Spitzhacke und, äh, da ist ein Metallachst. Da ist ein Metallachst. Danke. Äh, ja, Metall müssen wir mal finden, ja. Der war auch noch cool. Wenn du Steine abbaust. Ja, aber da kriegst du immer noch ein, zwei. Es gibt richtige Steine aus Metall. Kukuras packt dir den Kopf. Lieferhunger. Boah, was sind denn für die Amalappen hier? Na. Guck, wo wir wieder hell werden jetzt. Ich würde noch einen Raptor fangen. Am liebsten. Ja. Raptor werden halt geil, weil da können wir diese, da können wir diese Elfe bauen. Ja. Ja, ich sammel doch schon Essen. Hör auf zu jammern. Ich hab so einen Hunger. Da gib mir, da gib mir ein Ding auf dem Handy. Pizza.de. Hm? Wow, jetzt schließen die hier die ganze Zeit so. Hm. Well done. Huh. 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 Da sind Kristallsteine hier. Ich geh mal gucken, wo man die Fischreuse so auslegen kann. Muss man da beachten? Muss man da reinlegen? Ich hab keine Ahnung. Geh mal runter. Fauen wir mal nach. Wo bist du überhaupt? Hm? Wo du bist? Im Haus gerade. Was? Seit wann das denn? Oh Gott. Bis später. Du hast aber noch keine blauen Haare. So.